so happy independence day das mache ich mal heute ist unabhängigkeitstag indian feiert heute seinen 75 unabhängigkeitstag das war 1947 als sie die engländer rausgeschmissen haben oder wie auch immer sie sich von den engländern losgelöst haben ja und da dachte ich mir straßen sind einigermaßen trocken dann drehe ich mal eine runde und schau mal wie so gefeiert wird einigermaßen drawing the highway Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jawoll! So, jetzt wird die Stadt durcheiern. Und dann war es das mit der Tour. So, jetzt bin ich wieder bei meinem besten Kumpel hier. Da lassen wir euch mal voll tanken. Happy Independence Day! So, was kostet der Sprit? 110 Rupier, geteilt durch 90. Also sprich, irgendwie so 1,20, na 1,30 Euro, wenn ich es ja vernächtet habe. Okay. Und wieder habe ich meine Töpfe zu haben.